15 basic German words. Day 29 Die Kopie Die Kopie Hast du eine Kopie? Das ist eine genaue Kopie des Originals. Die Liste Die Liste Die Liste ist endlos. Ich habe eine Liste gemacht. Die Lösung Die Lösung Ich habe eine Lösung. Für alles gibt es eine Lösung. Die Neuigkeit Die Neuigkeit Es gibt Neuigkeiten. Neuigkeiten verbreiten sich schnell. Die Notiz Die Notiz Die Notiz Machst du dir Notizen? Ich mache mir immer Notizen. Das Paar Das Paar Wir sind kein Paar. Ich brauche ein paar Sandalen. Der Platz Der Platz Der Platz Sein Platz ist leer. Gibt es freie Plätze? Der Traum Der Traum Der Traum Der Traum Träume sind frei. Euer Traum wurde wahr. Die Tür Die Tür Die Tür Machen Sie die Tür auf. Sind alle Türen abgeschlossen? Die Veranstaltung Die Veranstaltung Die Stadt hat alle Veranstaltungen gestrichen. Die Vermutung Die Vermutung Das sind nur Vermutungen. Ihre Vermutung ist völlig falsch. Der Vetter Der Vetter Ich habe zwei Vettern. Seid ihr wirklich Vettern? Der Vorschlag Der Vorschlag Vorschläge sind willkommen. Er akzeptierte den Vorschlag Er akzeptierte den Vorschlag. Die Beschreibung Die Beschreibung Ich mag die Beschreibung Die Person Passte auf die Beschreibung Der Wunsch Der Wunsch Was ist dein Wunsch? Wurde dein Wunsch erfüllt? Das ist dein Wunsch Das ist dein Wunsch Das ist dein Wunsch If you want to learn Join and enjoy Wie ist dein Wunsch